Hey, Let's Dance Swing. Das ist ein Video zum Mitmachen. Das heißt, ich drehe mich gleich einmal um und wir werden on the fly eine super lässige Routine aufbauen. Wir starten mit einem Box Step. Super einfach. Wir kreuzen vorne, zurück, zur Seite und wieder vor und cross, rück. Jetzt bauen wir das ein wenig auf. Wir tanzen. Triple Steps da raus. Und Triple und Triple und Triple. Genau. Schön Knie locker und weich. Und wieder Single. Single und H und H und Triple und H. Triple und H. Gut. Jetzt machen wir etwas, was wir Double Bounce nennen. Sprich Step, Hop, Step, Hop, Step, Hop, Step, Hop, Step. Und man kann auch daraus einen kleinen Slip tanzen. Slip. Oh, lustig. Jetzt machen wir damit Box Step mit diesem Slip bzw. Double Bounce. Du, H und Bounce. Du, H und Bounce. Lustig. Jetzt machen wir es von vorne. Single, 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 aber mit einem leichten Bounce. Triple, Triple und Double Bounce. Hop, 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 Hop und Fünf, Sechs. Jetzt nochmal von vorne. Und Single, 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 jetzt Triple. Triple, 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 Double Bounce bzw. Step, Hop. Gut. Einen vierten nehmen wir noch und das ist, wenn wir das im Tempo tanzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jetzt mit etwas mehr Jazzy gerissen, machen wir nochmal den letzten vierten Achter. Das heißt, statt Slow, 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 machen wir das im Doppeltempo. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und dann wieder Slow. Und Slow. Ha, ha. Und Tempo. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nur, dass wir das einmal werden, eine Runde machen. Dann Cross and Turn. Das Ganze. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Machen wir es langsam. Und eins, zwei, drei, vier. Cross and Turn. Und jetzt kommt noch eine Kleinigkeit, dass wir das mit Double Bounce machen. Sprich, eins und zwei und drei und vier und fünf, sechs, sieben. So, jetzt machen wir nur dieses Letzte und dann machen wir alles zusammen. Fünf, sechs, fünf, sechs, sieben. Und da, 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 da. Wuh. Schön flott. Achtung, gemeißen. Fünf, sechs, nur das Letzte. Sehr. Und da, 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 da. Wenn dir das zu schnell ist, dann einfach Singles. Und Single, 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 Cross and Turn. Jetzt machen wir alles von vorne mit Musik. Wir starten mit dem Single. Triple. Step, Hop. Und schneller. Und da, 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 da. Jetzt geht's gleich weiter. Und eins, zwei, drei und Triple, Du. Step, Hop. Und Tempo. Nochmal. Boom, cha, cha, ta. Triple, ta. Step, Hop. Hop, hop. Tempo. Und. So, der zweite Teil ist jetzt der sogenannte Break im Solo Swing. Und der schaut so aus. Wir gehen auf acht, eins, zwei, drei. Step, 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 hop. Das heißt, Step, Touch. Und Step, Touch, Step, Touch. Schritt, 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 hop. Nochmal. Jetzt auf acht. Step. Fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei. Schritt, Schritt, Schritt nach vor. Step, acht, Step, drei. Step, Step, Step. Und acht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vor. Acht, eins, zwei, drei. Rück, 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 vor. Acht, eins, zwei, drei. Rück, 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 vor. Huh. Sehr gut. Jetzt werden wir daraus eine Variation machen. Wir tanzen. Acht, eins, zwei, drei. Und fünf, sechs, sieben. Das heißt, kein Touch. Langsam nochmal. Acht, eins, zwei, drei. Und dann der Rest bleibt gleich. Jetzt im Tempo. Fünf, sechs, sieben. Acht, eins, zwei, drei. Und fünf, sechs nochmal. Acht, eins, zwei, drauf. Und fünf, sechs, sieben. Acht, eins, zwei, drei. Und fünf, sechs, sieben. Ta, 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 ta. Jetzt normale Break von vorne. Acht, eins, zwei, drei. Schritt, Schritt, noch einmal. Acht, eins, zwei, drei. Jetzt die Advanced Version. Acht, eins, zwei. Huh. Und fünf, sechs, sieben. Acht, eins, zwei, drei. Und fünf, sechs, sieben. Einmal nochmal. Normal. Vier, fünf, sechs, sieben. Acht, eins, zwei, drei. Vier, fünf. Jetzt Advanced. Acht, eins, zwei, drei. Und fünf, sechs, sieben. Ti, 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 ta. Und fünf, sechs, sieben. Jetzt nehmen wir eine Stufe hinauf und tanzen. Zwo, drei. Und fünf, sechs, sieben. Huh. Jetzt gehen wir. Acht, eins, zwei, drei. So wie vorhin. Jetzt Füße zusammen. Fünf, sechs, Split. Und dann wieder zusammen. Sprich. Acht, eins, zwei, drei. Zusammen, open, zusammen. Fünf. Nochmal. Sechs. Fünf, sechs, sieben. Acht, eins, zwei, drei. Zusammen, open, close. Acht, eins, zwei, drei. Zusammen, open, close. Acht, eins, zwei, drei. Zusammen, open, close. Acht, eins, zwei, drei. Alle drei hintereinander. Acht, eins, normale. Vier, fünf, sechs. Das zweite Level. Und hopp, normalen. Tada. Und jetzt das dritte. Zwo, drei. Und fünf, sechs, sieben. Und dann wieder von vorne. Achtung. Fünf, sechs, sieben. Acht, eins, zwei. Vier, fünf, sechs. Zweites Level. Acht, eins, zwei, drei. Und fünf, sechs. Mit Split. Acht, eins, zwei, drei. Und fünf, sechs, sieben. Einmal noch, bevor wir es noch mehr verkomplizieren. Normales. Vier, fünf, sechs, sieben. Dann zweites Level. Und dann das dritte Level. Acht, eins, zwei, drei. Acht, fünf, sechs, sieben. Ta, pa, pum. Sehr gut. Jetzt wird es interessant. Wir tanzen eine kleine Syncope plus Double Bounce. Ich zeige es gleich vor. A, fünf, sechs, sieben. Acht, eins, zwei. A, vier. A, fünf, sechs, sieben. Ein tolles Finale, oder? Machen wir das ganz kurz ohne Musik. Acht, eins, zwei. Und jetzt Double Bounce. Sprich diese Step Hop. Step Hop. Und Step Hop. Und sechs, sieben, acht. Dann geht es wieder nochmal von vorne. Ich zeige es nochmal im Ganzen. Acht, eins, zwei. A, vier. A, fünf, sechs, sieben. Das heißt, da haben wir nochmal diese Syncope zweimal. Acht, eins, zwei. A, vier. A, fünf, sechs, sieben. A, vier. A, fünf. Jetzt im Tempo. Acht, eins, zwei. A, vier. A, fünf, sechs, sieben. Und diese Syncope, es ist cool, wenn da mehr Spannung im Körper ist und sich dann während sechs, sieben das Ganze löst. Ich zeige es so. Acht, eins, zwei. A, vier. A, fünf, sechs, sieben. Jetzt machen wir das doch mit Musik. Die letzte Phrase. Und dann machen wir alles von vorne. A, fünf, sechs, sieben. Normal zuerst. Ha, ha, cha. Zweitest Level. Acht, eins, zwei. Drauf. A, fünf, sechs, sieben. Acht, eins, zwei. Split. Und fünf, sechs Syncope. Acht, eins, zwei. A, vier. A, fünf, sechs. Von vorne. Hu, schü, ha, ha. Vier, fünf, sechs, sieben. A, eins, zwei, drei. A, fünf, sechs, sieben. A, eins, zwei. Fünf, sechs, sieben. Acht, eins, zwei. A, vier. A, fünf, sechs, sieben. Gut. Jetzt machen wir beide Folgen hintereinander. Achtung, wenn wir hier da sind. Jetzt geht's gleich los auf acht zum sogenannten Break. Okay, bereit? Wir starten mit dem Boxstep, mit dem Jazz Square, wie es auch genannt wird. Und dann wechseln zum Break. Und eins, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Triple, triple, dann Step, Hop, Step, Hop, Schneller werden. Und da, 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 da. And turn, Break. Acht, eins, zwei, drei. Rück, tja, tja, tja. Eins, zwei, zwei, drei und fünf. Dann mit Split. Eins, zwei, drei und fünf, sechs, sieben. Und Finale. Huha. So, und jetzt alles nochmal. Finale von vorne. Go. Und eins, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und Triple, Step, Hop, Pusha, Tempo. Break. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, fünf, sechs, sieben. Achtung, Split. Tempo. Hu. Bereit, das nochmal ein letztes Mal zu machen. Und eins, zwei, drei. Und by the way, viele solche Sachen und Routines haben wir in unserer Academy. Also werde ein Member, wenn du noch mehr davon haben willst. Und. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Zwei, drei. Fünf, sechs, sieben. Acht. Eins, zwei. Split. Acht. Eins, zwei. Aha. Von vorne. Eins. Letztes Mal. Hu. Und teile auch dieses Video mit deinen Freunden. Wenn du das Gefühl hast, dass es dir auch Freude bereitet hat. Das gleiche wird es auch innen passieren. A-Pum-Pah. A-Ha. Hu. A-Zwei, drei. A-Fünf, fünf, sechs, sieben. Hu. Ha. Ich wünsche dir sehr viel Freude beim Swingen, beim Solo-Swing. Zu Hause oder wo auch immer du bist. Hinterlasse uns ein Abo bzw. ein Like. Und wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.